Ja, habt ihr Bock auf Catelyn Jungle? Hä, aber sowas von... Solang ich es nicht spielen muss, kannst du das machen. Ja, ja, ich spiel dir. Ui. Ja, also LOL ist auch manchmal schon sehr einfach, oder? Oh. What? What? Oh. 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 Du bist der größte Schmerz. 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 Das ist der größte Schmerz der journisch. Das ist der größte Schmerz. Okay. Ha, Jokes an Bim. Sie denken, das ist ne Poppy Jungle. Mhm. Kann ich hier hin gehen? Engage irgendwo? Jo. Ja. Exos läuft gut. Ja. Ach du hast es jetzt mitgenommen, wow. Okay. Poppy gibt ja Hardsteel, oder? Hardsteel oder Divine Bonk? Mal gucken. Na ich denke Hardsteel gegen Pantheon. Ich geh entweder auch Hardsteel oder Jugshow. Jugshow ist auch gut, ja. Ich glaube Jugshow ist ein bisschen besser als meine W. Poppy haltet sehr lange. Mal schauen. Digga! Wobei Jugshow wär bestimmt richtig, sodass ich gegen die... Ich geh Jugshow. Ich geh auch Jugshow, glaub ich. Okay. Wobei Divine Bonk halt auch ziemlich cool wäre, ne? Läufst du auf den Gegner zu, mit deiner W, drückst Auto Attack, Divine Bonk, Rasp Stack. Ich hab zwei Schäden. Einer für was vor mir ist, und einer für was zu schießen. Hä? Hä? Ich bin grad, ich bin grad ein bisschen zu blöd für den Quote. Aber gut. Äh, Camille, ja. Ravenous Rush, klar. Ich geh den Mos Tom bei, alter. Der ist nämlich broken. Äh... Ja, Blue wird empfohlen. Ähm... Ja, ich geh auch die beiden Bonk. Of course. Ich könnte auch Iceborne Gorn mitgehen. Ja, wir werden in Vale. Lol. Einfach Q drücken. Und dann jemanden, äh... Die Auto-Zeit. Hi, have a great time. Wie kam die denn bitte von oben, hallo? Ja, weil niemand hier stand, deswegen... Minions have spread us. I am the trap. Ich seh immer den Buschlaufen, war noch am Abilities... Nice, Dodge, ja. Die Outer Half, slow. 5% Health Damage. Restore 100% Bonus Damage, 12-10 Minutes Health. Okay. Ich mach 3 Punkte Q Emacs wahrscheinlich. Okay. Ich find Camille ist so ein komischer Champion, wirklich. Sometimes Ambitionen müssen beherrscht werden. Vor allem als Camille rauskam, hab ich ihre Q einfach nicht verstanden, das war auch geil. Ich hab nicht gecheckt, dass man warten muss für den besseren Damage. Einfach gespammt wie ein Blöder. Ich kann ja auch über diese Wand, oder? Nein. Ah, ich hätte über die dünne Wand sollen. Ich will ja auch über die Leben. Ich will ja auch über die Leben. Oh Gott, ich sterbe an denen, oder? Nein. Oh Gott, ich sterbe an denen, oder? Nein. Ja. Ich will. Ich könnte mit den Ganken. Ey, mein Exos ging nicht raus! Ja okay. Okay, thanks, sorry. Alter, wenn ich da Exos rauskriege, überlebe ich das easy. Boah. Du kannst auf Jungle keinen anderen Spell außer Flash mitnehmen, weil du diese Taste nie drückst. In meinem Kopf ist diese Taste keine Exos-Taste, das ist so bad. Aber ich habe dann erst viel zu spät aufgenommen und dann bin ich gestorben. So scheiße, war mein Gott. Ja, und warum hat der jetzt Mittling gestayed? Hä? Wieso hat der Mittling gestayed? Geh doch einfach nach Hause, wenn du den kill hast. Lul. Ich weiß nicht, könnte ich Bottling noch was machen? Können wir da was machen? Haben wir genug Damage? Ich habe kein Damage. Der Esfield ist fast... Bist du Leona, du hast Damage. Schade. Wie lang ich sie seht war. Ja, Black Shield. Black Shield ist ja wirklich Schmutz. Aber wir merken einen raus. Ja. Das ist gut. Mein Exos ist auch raus. Aber ursprünglich wollte ich sie eh Mittlinge einsetzen. Oh Gott! Kann ich direkt Resetten gehen? Ist auch kein schlechter Recall. Tiermodel, Schuhe. Ich bin employed, wenn Negotiations failten. Werdenken wieder top. Ja, der hat schneller Thiemann als ich, klar. Oh Mann. Nein. Okay, wenn jemand die 5 Gold haben möchte von dem Wort, nehme ich den Kern. Ja. Von welchem Wort? Der Pink-Word, den ich dauernd in der Mitte greift. Ja, den hole ich gleich. Ja, ich habe jetzt die 5 Gold davon. Digga! Akali kann halt eine echt große Gap closen. Ah, Dings. Akali und Rengar sind Wurzeit. Ich komme mal nach oben. Ach ey! Na, ich wurde gesehen. Ich bin nicht Leid, der Kopf, das für Kette, aber die Schmerzen der Wahrheit. Ei, 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 ei. Ich kliere den Pink-Word. Oh, der Keycans ist perfekt. Es ist die Balance, die schwierig ist. Meine Fähigkeiten eliminieren das Chaos von Kildovo. Mein Gott, Silas, move doch einfach rein. Ey, wir kriegen nicht einen Kill oder was? Es war nicht richtig, danke. Oh, Esyl. Oh, Esyl! Na gut, mein Blubau ist eh nicht so resettet, aber ist trotzdem sehr bad. Eieieiei, wenn ich ein Kneipp spiele, wird irgendwo gar nur noch gestorben. Was ist das? Nice. Ich werde dir ein Irrelevantes Detail machen. Precision ist der einzige Standard, der wichtig ist. Oh Gott, haben wir Dreader-Win nicht genervt oder ist es das schon? Das war nicht das, was ich wollte. Also erstmal, wenn die Tristana so aggressiv spielt, was glaubst du, wo die Morgana sitzen? Das war nicht das, was ich. Der Zirk, was ich? Das war nicht die Tristana. Das war nicht. Das war nicht. Der Zirk, was du maskiert? Das war nicht. Ah, fuck. Oh, yeah, boy. Nein, ich werde gar nicht fallen lassen, muss ich sagen. Wir sind botzelt. Soll ich reinmogen, oder? Ja... Bisschen late, glaube ich. Die wissen auf jeden Fall, dass ich hier bin. Ich konnte es nicht verhindern, weil ich muss hier sein, weil ich habe nichts anderes ab. Ganken konnte ich nirgends. Vielleicht hier auf die Teams? Oh Gott. Renga ist hier. Ach, Silas. Ey, der Silas ist aber auch so bad. Warum geht der denn immer rein, Alter? Er kann nicht mal 1 in 1 gewinnen. Können wir auf Renga capture? Ja, können wir. Ich denke nicht, ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich verrückt. Es ist nicht das Wettbewerb, das dich definiert, sondern wie du ihn würdest. Alter, mein Cluedamage ist so nicht existent, Alter. Wieso hat sie denn jedes Mal Ulti ab, Alter? Die hat doch gerade erst geultet. Ich hatte meine Ulti nicht mehr ab. Schon balanced. Ja, Alter, der Silas ist ja so schlecht. Ich bin auch schlecht. Aber er ist auch noch schlechter. Ich habe übrigens gemerkt, Bart war unter 20 Minuten. Gut, also ich kann im Teorel Sport nochmal spielen, wenn ich will. Was ich auch tun werde, weil das echt kein gutes Bart-Game war. Ich habe meine Cluedam-Clüß. Ich habe meine Cluedam-Clüß. Ich habe meine Cluedam-Clüß. als ob er die jetzt killt okay da hat sie irgendwie gegrüßt wahrscheinlich ich komme mal runter hallo ranga ja morgana ist auch ein toller champ die zarenga lutscht aber auch nur die nüsse von dem typen er macht mich so fredig der die neid bis zu den minions Das war's für heute. natürlich ist der topside lang das black sheep vom organe halten darf es aber lächerlich ja karl ist auch noch höher lol die sind nicht mal primate die sind aber nur 10 mal besser als wir alter krank gespielt ja danke silas sehr aufmerksam ja da wollte ich gar nicht spielen scheiß pinks alter ich bin gar nicht bye have a great time jo sie ist einfach hier what the fuck die macht 3 millionen magic damage alter 800 mit ult ich habe 1 4 leben ey wenn der silas nicht so gottlos gefeated hätte ne dann wäre ich auch nicht so gottlos useless der kalt raus braa 10 2 hat 3 items full magic pen absolute zerstörung so no chance für mich da irgendwas zu machen die blöde zehn minuten mit 40 stecks rum auch ganz ganz geil ja ich kann dir da nicht helfen also ich kann versuchen aber mehr wie festhalten kann ich sie nicht na das war eine schlechte eh von mir ach da kommt der pantheon ach da kommt der pantheon joki die er macht sogar fast schon er macht ein bisschen schon weil er AD geht aber das tauner fickt ihn jetzt mit 3 rechtskicks er wird wirklich nah also ich bin halt nur der in-gate ja du musst einfach auf deinen kippen damit machen ich bin falsch ich bin die ich bin schwerer ich bin dir ich bin das ich bin Ihr seid solche Wichser ne, solche Wichser seid ihr, es ist wirklich illegal welche Wichskraft ihr habt. Technologie und ich haben eine komplizierte Beziehung. Ne, ich darf nicht Raven is rushen, das ist turbo useless. Tiamat und dann Sonderabon. Ah, halt dein Maul. Oh Gott, ja meine E hab ich, also ich kann meine E's in Fights nicht machen, es ist, ich bin so schlecht dafür. Lol. So, warum braucht der S denn so lange von der Mitte bis hier hoch? Aua. Aua. Was? Wie konnte ich... Wenn der Ezreal jetzt noch anfängt seine Abilities zu treffen, alter. Aua. 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 Aua.